Also quasi ohne Halbvorteil. Und ich sehe eine gute Strategie, um trocken zu bleiben. Ich sehe Gummistiefel, ich sehe einen erhöhten Sitz, ich sehe eine Regenhose, nicht doof. Okay, irgendeine Strategie zum Schieben, um hier zu gewinnen? Einfach nur schnell und ruhig. Okay, ihr habt die Sandschikane, Schikane, die ihr seht? Irgendwelche Sonnenvorkehrungen da? Nein, einfach nur richtig Schwung. Okay, alles klar, so die Strategie, die wir schon hatten, weil die Lippen sind, man darf Wasser verlieren, man muss nur schnell genug sein. Gut, irgendwelche Famous-Latter-Sports. Wir werden schaffeln! Jawohl! Das ist aber doch alles in Ordnung. Los! Auf, hängen wir alle! Los! 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 Wir haben gleich eine Probleme mit dem 3- Alter! Ich habe mich, Gott, dann! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Scheiße, überdacht er da, die Kinder gehabt! Und jetzt in der Gang hatten wir auf der Fahre. Wie geht's hier? Scheiße, ich war zum Schwerdachter, da jetzt gab's war. Wir haben so eine Schwerdachter. Ich hab's gemessen! Ich hab's gesagt, wir haben es nicht! Vielen Dank.